Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ärztekammer fordert schnelle Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests. Präsident Reinhardt sagte der Funke Mediengruppe, das Ende der Kostenübernahme habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren. Bund und Länder sollten diese Fehleinschätzung korrigieren. Seit dem 11. Oktober sind Tests nur in Ausnahmefällen kostenfrei. Robert-Koch-Institut meldet 23.543 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind knapp 6.700 mehr als am vergangenen Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt auf 191,5. Johnson fordert ehrgeizigere Ziele beim Klimaschutz. Nach der ersten Hälfte der Weltklimakonferenz in Glasgow sagte der britische Premier, Die notwendigen Anstrengungen für das 1,5-Grad-Ziel dürften nicht unterschätzt werden. Die Länder müssten weitere Verpflichtungen eingehen. Seenotrettungsschiff CI4 darf in Italien anlegen. Das Boot der deutschen Hilfsorganisationen CI und Mission Lifeline hat mehr als 800 Menschen an Bord und wartete seit vergangenem Donnerstag auf die Zuteilung eines sicheren Hafens. Das Schiff soll im Tagesverlauf im Trapani im Westen Siziliens einlaufen. Attentate auf irakischen Ministerpräsidenten. Unbekannte haben einen Drohnenangriff auf die Residenz von Mustafa al-Kadimi in Bagdad geführt. Der Regierungschef blieb unverletzt, wie er am Morgen in einer Videobotschaft auf Twitter erklärte. Die USA verurteilten den Anschlag und boten Unterstützung bei der Aufklärung an. Das Wetter heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken, Regen und Schauern, dabei in der Nordhälfte windig. Südlich der Donau trocken und nach Nebelauflösung oft sonnig. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. mindfulness und brauche Schauern,teilsdaten Monni Gramm es zu einem sowohl Van netten. Dadurch associates yourselves und Und darles darbild attended Ludwig.